Um Ihr T&A-Gerät mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden, laden Sie zunächst die T&A Music Navigator App aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store herunter. Um in das Einstellungsmenü zu gelangen, drücken Sie die Sys-Taste auf Ihre Fernbedienung. Wählen Sie nun mit den Cursor-Tasten den Menüpunkt Netzwerk aus, indem Sie durch die verschiedenen Menüpunkte nach unten scrollen. Bestätigen Sie den Menüpunkt mit OK. Im Netzwerkeinstellungsmenü scrollen Sie bis zum Menüpunkt WLAN Access Point herunter und bestätigen Sie den Punkt mit OK. Der WLAN Access Point ist nun aktiviert. Nehmen Sie Ihr Tablet oder Smartphone zur Hand und öffnen Sie Ihr Einstellungsmenü. Gehen Sie in Ihre WLAN-Einstellungen. Ein neues WLAN-Netzwerk ist verfügbar. Es setzt sich aus T&A, AP für Access Point und der Bezeichnung Ihres T&A-Geräts zusammen. Wählen Sie das Netzwerk aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel ein. Dieser lautet 01234567. Die Verbindung zum Access Point wird hergestellt. Öffnen Sie als nächstes die T&A Music Navigator App. Die App startet mit dem WLAN-Einrichtungsassistenten, der Ihnen hilft, das T&A-Gerät in Ihr WLAN einzubinden. Starten Sie den Assistenten mit Druck auf den Pfeil. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, mit dem Sie Ihr T&A-Gerät verbinden wollen. Geben Sie nun Ihren WLAN-Schlüssel über die Bildschirmtastatur ein. Bestätigen Sie Ihre WLAN-Auswahl mit einem Druck auf den Pfeil unten rechts. Um den WLAN-Einrichtungsassistenten abzuschließen, bestätigen Sie die zuvor getätigten Eingaben. Das T&A-Gerät wird nun automatisch mit dem gewählten WLAN-Netzwerk verbunden und der Access Point geschlossen. Wenn sich Ihr Tablet oder Smartphone automatisch mit dem gewählten Netzwerk verbindet, startet die T&A Music Navigator App mit der Gerätekonfiguration. Sollte dies nicht der Fall sein, schließen Sie bitte die App und verbinden Sie sich über das Einstellungsmenü Ihres Smartphones oder Tablets mit dem für das T&A-Gerät eingerichteten WLAN. Starten Sie anschließend die T&A Music Navigator App erneut. Da wir größten Wert auf den Schutz Ihrer Daten legen, haben wir davon abgesehen, eine vollautomatische WLAN-Einrichtung, die Ihre WLAN-Passwörter ausliest, in unsere Geräte einzubauen.